Also ehrlich, ist schon elf Jahre zu und immer noch an die Leute, Willi, mach wieder ab, mach wieder ab. Dann hab ich gesagt, das mache ich nur, wenn es so wäre wie früher. Und die alle in der Timf waren, die sind zum Teil gar nicht mehr am Leben. Und die paar, die noch übrig geblieben sind, die sind jetzt hier. Und das sind alles meine Kinder. Ich hab's ja alle entdeckt. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, hör mal. Ich sag da was, wir sind das Sardo. Also es ist ganz egal, wer da ist, ob das jetzt Lola ist, ob das Sophie ist, ob das jeder kennt ist oder Fiene oder wie sie auch alle heißen. Meine Swanee und alles, sind alles meine Kinder, die ich persönlich entdeckt habe und aus denen das gemacht habe, 30 Jahre in der Timf mit mir zu sein. Und jetzt sind sie alle hier und sind schon wirklich ganz bekannt geworden. Haben sich wirklich gemausert hier. Ja, und jetzt steun ich hier, wie glücklich. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Viele Leute haben gesagt, Willi, komm, du brauchst nur zu singen, ich bin der Mann für alle Fälle, was die immer hier drin ist. Und dann sag ich, ja. Und in zwei Jahren werde ich 80 und dann hört sich das blöd an. Ja, aber jetzt muss ich sagen, liebe Freunde, du hast mich verführt, dass ich das mache. Und jetzt sag ich es. Für euch kommt jetzt eine Entdeckung aus Solingen. Die ist nicht nur scharf, die ist auch super. Und sie hat von mir früher die erste Kammer Flexpöck angehabt. Da hing noch der Zettel dran. Und dann sagt sie, ach, wie sieht das denn aus, was meine Oma sieht, wenn ich jetzt anfange, so auf der Bühne zu steuern. Da habe ich sie gesagt, sie kann ganz berühmt werden. Ja! Und dann sagt sie, ja, dann lass es kommen, lass es kommen. Und beim Zwanni genauso. Hättet ihr gesagt, darf ich schon rein? Nee, sag ich, du bist noch keine 18. Und dann ist sie, wenn du 18 bist, kannst du kommen. Ist sie mit der Mutter gekommen? Ja. Und dann hätte sie gesagt, ja, jetzt wird, der hat Koch gelernt. Jetzt kannst du das. Jetzt hast du Koch. Elia, der ist, ich weiß, wenn du das gesehen hast, dann willst du das immer machen. Und hat sie auch immer gemacht. Aber hier ist sie jetzt, ja, hat sie auch immer gemacht. Heute noch. Ja, genau. Und genau wie unsere Sophie, sie ist jetzt ein ganz berühmter Gravestik-Künstler. Und hier ist sie für euch, Sophie Russell. Ist sie, meine Damen und Herren. Dankeschön, lieber Rütti, für diese wundervolle Ansage. Und in diesem Jahr, das Jahr 2019, war nicht so unbedingt mein Jahr. Einige haben das ja mitbekommen. Aber so ist das Leben. Das Leben ist manchmal eine Funz. Und das bitte mache. That's life! Das Leben ist manchmal eine Funz. Das Leben ist manchmal eine Funz. Das Leben ist manchmal eine Funz, aber die Funz ist manchmal eine Funz. Ich sag so, that's right, wie es weint und wie es lacht, so wie es im Leben kommt, du wirst mitgebracht, du wirst du mitgebracht. Und das Leben ist auch zu mir, sowas von schlimm in Gefahr. Ich war ein Bettler, ein König, mit ihm war ein Klaut und auch ein Klootier. Ich war so hoch und so tief, denn heute nur weiß ich, was ich bin. Denn jeder von mir sagt, die, die ist verloren. Dann steh ich auf und wir gehen, hey, wieder von vorne frei. Und ich soll es ja wissen, ich wollt mich verändern, doch ich würd was verwissen. Diese Ideen sind hier in meinem Stichblatt. Drum lass ich's mal weiter und verbehe ich saubertreu. Ich war ein Bettler, ein König, mit ihm war ein Klaut und auch ein Kind. Ich war so hoch und so tief, denn heute nur weiß ich, wer die springt. Wenn jeder von mir sagt, ey, die, die ist verloren. Dann steh ich auf und beginn, hey, wieder von vorne frei. Und ich soll es ja wissen, ich wollt mich verändern, doch ich würd was verwissen. Und ich soll es ja wissen, ich soll es ja wissen, wie ich in meinem Stichblatt. Doch ich bleib so wie ich bin, auch wenn ich erst in die Sterne greif. Und dabei singen Freunde! Und es tut so gut!